so hallo und da sind wir wieder zu mir leid die frau die hört hier einfach nicht auf zu quatschen das haben wir uns ja schon vorher dacht ich muss zu dem offenen fenster gelangen ja dann geh doch dahin jetzt hält dich doch keiner auf nach oben ist das noch einer dieser zum zurückspulen langsam verstehe ich es in ordnung das wäre erledigt dieses fenster ja dieses fenster serena ist ich glaube ich jack das fenster wenn ich jetzt da runter geh sterbe ich ja aber nicht unabsichtlich sondern weil ich habe gerade was gesehen eventuell mit viel glück ha ha kriegt das ding doch noch hallo ich bin mal runter ha ha hier von sieben ich glaube zu schade gewesen ich das jetzt hier ausgelassen hätte so und hoch so einfach geht das und jetzt kann ich darüber springen eigentlich ja na also weiter geht es nicht ok das heißt wir müssen dann da wieder zurück aber wenigstens sollte ich jetzt sagen und nicht lügen wenigstens habe ich das ding jetzt noch eingesammelt mir ganz wichtig da ich mich ja so eigentlich hier auch relativ schwer tue hoffe ich ja einfach mal noch was was jetzt ho 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 hoppa und noch eins gefunden fünfen und sieben das wäre erledigt heppa Okay, das heißt, ich versuche mal, dass ich jetzt hier im Spielverlauf wenigstens ein bisschen weiterkomme. So, jetzt nämlich die ganzen Partikel hier erstmal eingesammelt habe. So, das heißt, jetzt wieder hier rüber. Dann muss ich kurz hier nochmal springen. Dann mal hier die Zeit zurücklaufen lassen. Und dann losrennen. So. Und jetzt sind wir dann quasi wieder hier, wo ich abgebrochen hatte. Hier mal hier rein. Geschafft. Jetzt zur Tür. Okay, aber lass mich erstmal hier noch umschauen. Das ist ein Läppi. Hallo, ich bin auch noch hier. Ja, das wissen wir doch, dass du noch da bist. Ja, klopf halt weiter. Mein Gott. Hallo, ich bin auch noch da. Sei froh, dass ich dich gerettet habe. Ja, ist ja doch auf zu klopfen. Ich weiß doch, dass du da bist. Du kannst aber jetzt mal warten. Jo, dann komm halt rein. Dann mach das. Ja, ich will da wieder hoch. Scheiße. Es tut mir so leid, Jack. Die haben mich dazu gezwungen. Ich weiß. Du hattest keine andere Wahl. Mit Hilfe der Karte dort drüben findest du sicherlich einen Weg. Ground Zero. In derselben Gegend hatte mein Bruder seine Werkstatt. Wahrscheinlich muss ich da durch, um zu Paul zu gelangen. Paul? Paul Serene? Deshalb willst du also zu den Trockendocks. Ich hab noch eine Rechnung mit ihm offen. Du bleibst am besten hier, bis das erledigt ist. Ja. Ich denke, du hast recht. Ich werde die Tür für dich öffnen. Okay, such nach nem Funkgerät, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin auf Kanal 3. Und pass auf. Ja. Du auch. Das heißt, der rote Punkt hier bei 3 sind wir. Das heißt, wir müssen durch 4, 5... Ah, es sind 2 5er, okay. 6 und dann zu 7. Ai, 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 ai. Das wird ja ein Weg. Oh, wenn ich satze die Tür auf. Ah, ne, lass mich da gleich wieder was ganz blödes erwarten. Boah, klar. Das heißt, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Gegner! Hab ich genug geschrien für dich? Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Sie nahmen sprunghaft zu. Wahrscheinlich nur, weil ich geschossen habe, durch Posten. Ich hätte nicht schießen sollen. Ich hätte nicht etwas Clevelandstellen, dass ich schon mal hatte. Wie das? Sie premium ist schon mal wieder. Ich habe schon mal wieder classmates. Undいう Training müssen im Allergien trifft sind. Ich spatze mich auf dich. Ich hab keine Sie haben계つ트를 geste i chuessen, Mal, da hoch, dann hier rüber. Ich hoffe, ich könnte da ein bisschen spickeln. Ja, aber Gegner sehe ich da keine. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Warte mal, ich bin auch doof. Ich könnte ihn doch in die Zeitblase da einsperren. Zeitblase einsperren und dann... Die Stimme versagt. Zeitblase einsperren und dann gucken, wie ich dann weiterverfahren mit dem. Okay, sind wir wieder hier. Mal, wir machen hier mal... Anzeige, wir machen mal die Helligkeit ein bisschen. Ein bisschen... ... anzeige, wir machen mal die Helligkeit ein bisschen. Ach, schau mal an, was da oben ist. Das habe ich aber vorher nicht gesehen gehabt. Ja, jetzt kann ich Updates machen. Okay, sehe ich auch irgendwo, wie viele ich habe. Jetzt direkt nach dem Wuschen durch. Während Jack sich innerhalb des Radios des Zeitschens befindet, erholt er sich schneller von Treffern. Das kostet 4, aber ich würde gerne sehen, wie viele ich habe. Ich habe 5. Zeitstopper. So, jetzt habe ich noch 4. Ich werde direkt nach dem Wuschel durch. Auch mal. Auch. So, jetzt haben wir alles hier gekauft. Das heißt, ich gehe jetzt wieder aufs. Passt auf. Zeig's euch. Wir haben Kontakt. Oh, toll. Rotflintenschütze rückt auf den Fall. Arschloch. Willst du ärgern? Ja. Was? Ich habe nicht gedacht. Also, jetzt ist die Lampers. Jau. Jetzt hat er. Ich bin jetzt aber noch gut. Also, ich habe immer noch. Ich habe nicht mehr gekauft. Ich habe nichts mehr gekauft. Ich brauche Deckung. Boah, verdammt. Könnte ich mich ausführen. Ich bin weg von Schro... 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 Z擊... Hier kommen Sie wieder... Ja, wir sind hier! 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 Ja! 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 Ja, wir sind hier! Ja, wir sind hier! Ja, wir sind hier! Ja! Ja, wir sind hier! Ja! 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 Ja!